Oh, ich bin immer für diese blöden Nummer zuständig, ja, ne? Wir müssten doch die Schaben rumliegen vom letzten Jahr. Ja, also die Ähnste reden würde rumpfen, weil die Kugeln machen sich schon mal selbstständig. So, und das lädt jetzt ganz einfach so ein bisschen Shuffle um die Weihnachtszeit an. Und das lädt jetzt ganz einfach, ich bin ein Algris vom Chorel. Ich bitte um mehr, ich bin ein Algris vom Chorel. Und? Dann sind wir bestimmt brauchen, oder was ist das? Also, alles klar, ja? Wie lange? So, drei, vier. Ich bin ein Algris vom Chorel. Einfach unnitrat schön. Mit ganz schönheit fühlt man ewig. In frischen Angegrün. Ich bin ein Algris vom Chorel. 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 Mein Algris vom Chorel. Ich bin ein Algris vom Chorel. Dort hänge ich ganz tot, frisch versteh'n schon die Fusshaut. Ich spiel' den Adres vom Kuchen, einfach und nicht grad schön. Ich spiel' den Adres vom Kuchen, einfach und nicht grad schön. Meine Damen und Herren, hier ist sie wieder für euch, hier sitzt meine kleine Küste vom Kuchen. Elfi Steigmann, meine Damen und Herren. Bitteschön, mit Elfi. Hast du Ton? Ich glaube, ich habe es schon. Vielen Dank.